Lithelit ist ein selten vorkommendes Mineral aus der Mineralklasse der Carbonate. Es kristallisiert im monoklinen Kristallsystem mit der chemischen Zusammensetzung PB4-2-2-SO4 und entwickelt überwiegend Pseudohexagonale, tafelige Kristalle, die entweder farblos oder durch Fremdbeimengungen weiß, grau-gelb oder blass-blau gefärbt sein können. Selten finden sich auch in schalige Aggregate. Besondere Eigenschaften Da Lithelit Isomoff mit Susanit und Mecphosmite ist, weist er auch vergleichbare Eigenschaften auf. So zeigen einige Stufen unter UV-Licht eine kräftig zitronengelbe Fluoreszenz. Auf Holzkohle vor dem Lötrohr erhitzt Schwilldlithelit etwas an, färbt sich gelb und reduziert zu Blei. In Salpetersäure löst sich das Mineralbrausend unter Abgabe von Kohlendioxid auf. Das zurückbleibende, schlecht lösliche Bleisulfat bildet einen weißen Niederschlag. Etymologie und Geschichte Erstmals entdeckt und beschrieben wurde Lithelit 1832 von François Sulpais Beudon, der es nach seiner Typ-Lokalität Lithels in Schottland benannte. Klassifikation In der alten Systematik der Minerale nach Strunz war der Lithelit in die Abteilung der Wasserfreien Sulfate mit fremden Anionen einsortiert. Seit der neuen Systematik der Minerale ist das Mineral jedoch neu klassifiziert und findet sich jetzt in der Abteilung der Carbonate mit weiteren Anionen. Ohne H2O mit ClSO4 PO4 In der Systematik der Minerale nach Dana steht Lithelit in der Abteilung der Compound Carbonates with Miscellaneous Formulé. Bildung und Fundorte Lithelit bildet sich als typisches Sekundärmineral vorwiegend in der Oxidationszone von Bleilagerstätten und tritt dort in Paragenese mit Anglesit, Cerosit, Linarit und anderen sekundären Bleimineralen auf. Fundorte sind unter anderem New South Wales, Queensland und Tasmanien in Australien, die Provinzen Limburg und Luxemburg in Belgien, Baden-Württemberg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Sachsen in Deutschland, verschiedene Regionen in Frankreich, Attika in Griechenland, verschiedene Regionen in Großbritannien, verschiedene Regionen in Italien, Kyushu in Japan, Oshikuto und Ojon-Song-Jupa in Namibia, Kenten und Steiermark in Österreich, Ostsibirien, Oblast-Merminsk und der Ural in Russland, die Kantone Uri und Wallis in der Schweiz, Gauterm und das Nordkap in Südafrika, Böhmen in Tschechien, sowie verschiedene Regionen in den USA, Kristallstruktur, Lid-Helid kristallisiert im monoklinen Kristallsystem in der Raumgruppe P21A mit den Gitterparametern A ist gleich 9,104A, B ist gleich 20,792A, C ist gleich 11,577A und Beta ist gleich 90,50 Grad sowie 8 Formeleinheiten pro Elementarzelle, siehe auch, Liste der Minerale.